Wo wohnst du? Ich wohne...stock. Ich wohne im dritten Stock. Ich wohne im sechsten Stock. Ich wohne im zweiten Stock. Ich wohne im achten Stock. Ich wohne im Erdgeschoss. Ich wohne im siebten Stock. Ich wohne im fünften Stock. Wo wohnst du? Ich wohne...stock. Ich wohne im dritten Stock. Ich wohne im sechsten Stock. Ich wohne im zweiten Stock. Ich wohne im dritten Stock. Ich wohne im dritten Stock. Ich wohne im dritten Stock. Untertitelung des ZDF, 2020